Hi Freunde, kurzes Update. Sievert Brenner, immer noch bis zum 30.09. kriegt ihr zu den Brennern oder zu den Produkten von Sievert ein Spiralbohrer Set oder eine Kühlbox. Haben wir eigentlich ein Bild von der Kühlbox? Auf jeden Fall kriegt ihr noch eine Kühlbox, die läuft bis zum 30.09. und die Preise sind auch nochmal gesenkt. Hier zum Beispiel die Titan Brenner, ultra leicht, mega geil, auch mit den Piezo Zündungen. Also ihr kriegt, nicht vergessen, bis zum 30.09. kriegt ihr so eine richtig coole Kühlbox hier bei der Hitze. Heute war ich mal kurz auf dem Dach, das waren gefühlte 50 Grad oben. Also mega praktisch, Kühlboxen sind dabei und qualitativ hochwertige Spiralbohrer Set. Schaut rein, also bei jeder Bestellung dabei. Ein Falzklotz von Mask, super nice, auch für die Ecken, für Stehfalz, um die zu kloppen. Jetzt hier wie im Video, wie ihr seht, super nice, super praktisch. Schaut da auch gerne mal rein. So, Timo legt gerade Mask, Falzstück, mitten im Griff dran, super nice, feiere ich. Gerne mal bei Freund reinschauen. Die Traufenschließer und Winkelfalzschließer, die sind super mit dem PVC-Backen, kann ich euch nur empfehlen. Schon getestet, tip top, ihr braucht das jetzt nicht mehr so abkleben mit Krippband. Da macht ihr keine Kratzer rein. Super geil, gefällt mir super. Da hat sich Freund da echt was ausgedacht, was Gutes ausgedacht und ja, auch vom Handling her, super nice, geil. Schaut gerne bei den Shirts nach, da haben wir auch nochmal einen fetten Rabatt gegeben. Schaut gerne rein. Es ist ja jetzt noch richtig heiß draußen, auf jeden Fall lohnt sich das. Und wir haben Sonnencreme. Sonnencreme, Freunde. Schaut rein. Super, 30er. Reicht auch vollkommen aus. Was über 30 geht, ist ja dann auch schon wieder ungesund. Auch nicht zu vergessen, hier so eine Langlochzange. Ja, Bleche, Langlöcher rein zu machen, damit die auch arbeiten können, super nice. Die Krippzangen in Black Edition, super nice. Unsere berühmten Dachprozollstöcke, die kommen Mitte Oktober, haben viele schon gefragt. Ich feiere die auch selber, ich arbeite auch gerne mit den Dingen hier, auch mit dem 90 Grad Einrastung. Ja, wir haben jede Menge bestellt, Freunde, die kommen Mitte Oktober. Shooting war auch super erfolgreich, hat Spaß gemacht. Wir haben die neuen Dachpro Premium Basic Shirts abfotografiert, dann für Handwerksschmiede, Musk und Toughbild. Die Hoodies, war zwar mega heiß, der arme Andi, aber der hat durchgezogen. Ja, die Alicia, Dachdeckerin, 25, im dritten Lehrjahr, war auch super vor der Kamera. Christian, Andi, alles top. Die Anna hat super Arbeit gemacht. Und Damrak, unser Kameramann, hat auch super gefilmt. Kommt demnächst auch ein YouTube-Video zu dem Shooting. Einfach mal den Tag, wollen wir so ein bisschen zeigen, wie unser Shooting Day so abläuft. Metal Maniac, wir haben ihn komplett leer gekauft, komplett ausverkauft. Ja genau, der Seamshooter mit dem, die Stehfalz, Winkelfalz, ist ausverkauft, aber ist auf Pre-Order. Also ihr könnt trotzdem bestellen, dauert nur ungefähr circa 10 Tage, bis ihr die bekommt. Da habe ich KW 38, wird dann gut geliefert. KW 38 ist, wann? Eigentlich nächste Woche. Bis zu 10 Tagen dauern, sage ich jetzt mal. Aber ihr könnt Pre-Order, die sind komplett, die waren, also ihr seid ja komplett ausgerastet. Danke da nochmal. Knallgas Energy ist auch wieder jetzt im Shop. Ja, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, Freunde. Nicht, dass ihr zu schnell arbeitet nachher und dadurch wieder mehr Profit, mehr Gewinn, weil ihr zu schnell seid. Also aufpassen. Ja, dann übers Wochenende, die Ego-Holzer wurden, sind komplett ausverkauft. Dank Spengler-Meister John auch, dass der uns nochmal gepromotet hat. Wir kommen jetzt nochmal in zwei Wochen wieder. Die sind bestellt. Neue Shop-Seite, Shop wurde bearbeitet. Schreibt uns gerne mal hier rein, was ihr von der neuen Shop-Seite haltet. Da ist ein bisschen mehr Information, ein bisschen mehr Text, ein bisschen mehr Details. Die Bilder sind kleiner, es ist übersichtlicher. Dann haben wir die Tafel, 25% auf die Messer, haben wir jetzt nochmal erweitert, um eine Woche noch. Also zuschlagen. Und dann wird dasukfelt. Da werden die Bilder zuschlagen. Vielen Dank.